Dieses Video baut auf dem vorhergehenden Video Echtzeitbetrieb Standard auf, denn in diesem gerade genannten Video Echtzeitbetrieb Standard gibt es ja nach Beendigung des Videos zwei Variationsmöglichkeiten. Der eine, dass man sagt, okay, ich beginne komplett von vorne, ich mache keinen Datenimport aus einer Wabi 1.9. Dieses Video sagt, ich habe den Echtzeitbetrieb gestartet und will aber dann sofort meine Daten aus der 1.9er Version importieren. Wenn das bei Ihnen der Fall ist, das heißt, wenn Sie Jahre vorher schon mit unserer Wabi 1.9 gearbeitet haben, dann können Sie jetzt die Daten in Ihre Wabi Profi 3 übernehmen. Und das ist Bestandteil dieses Videos. Wenn Sie sagen, nein, ich habe die Wabi 1.9 ja noch gar nicht gehabt, sondern ich habe jetzt mit der Wabi Profi 3 gestartet, dann bitte ich Sie an dieser Stelle das Video Echtzeitbetrieb Standard Teil 2 anzusehen. Okay, also liebe 1.9er Benutzer unserer Wabi, jetzt sind wir so weit, dass wir sagen, wir können den Datenimport oder einen Datentransfer starten. Wie machen Sie das? Ich habe jetzt mal hier eine virtuelle Maschine eingerichtet, auf der noch Windows 7 liegt, weil es ja da den Startbutton gibt. Ich möchte auch noch mal einflächen, einflächten für alle Windows XP Benutzer. Microsoft hat den Support für XP für im April 2014 eingestellt. Also das heißt, nächstes Jahr im April ist Schluss mit XP. Es kommen keine Updates, keine Security Patches mehr, nichts mehr. Ich bitte die XP Benutzer mal zu überdenken, ob es denn überhaupt noch Sinn macht, XP weiterhin zu benutzen und ob das natürlich auch in Zukunft sicher sein wird. Ich persönlich denke, nein und würde empfehlen, ein Upgrade auf die Windows 8 zum Beispiel empfehlen, aber das müssen Sie selbst entscheiden. Können Sie auf unserer Homepage wabi1.de nachlesen, gibt es auf der rechten Seite einen kleinen Link, extrem wichtiges. Und dann heißt eben XP, das mal bitte anschauen. So, wir wollen jetzt aber einen Import machen. Mensch, jetzt habe ich mich wieder in Abzweigungen verloren, ich bitte zu entschuldigen. So, eben bis Windows 7 ist es so, wir haben einen Startbutton und da können Sie jetzt sagen, Wabi Profi 3, also das heißt, Sie brauchen alle Programme. Sie dürfen nach der Installation, und das ist wichtig, also wenn Sie den Erststart getätigt haben, nicht Wabi Profi 3 Starten, ganz wichtig, sondern Sie müssen sagen, ich will jetzt den Import durchführen. Den finden Sie nochmal alle Programme. Wabi Profi 3 Service aus Wabi 1.9x und dann heißt hier die zweite Option Standdatenimport aus Version 1.9x. Die müssen Sie ausführen. Ja, das heißt, wenn hier eine Autorisierungsmeldung kommt, wo er sagt, hey, zulassen, nicht zulassen, dann sagen Sie ja zulassen. Dann haben Sie dieses Fensterchen vor sich. Haben Sie, und jetzt switche ich auf Windows 8 zurück, weil hier haben wir Windows 8, haben Sie nicht, haben Sie also Windows 8, dann müssen Sie wohl oder übel Ihren Installationsordner öffnen. Ich habe halt hier einen Testordner, der sich Wabi Profi 3 nennt. Okay. Wenn Sie sagen, okay, ja, wo ist denn mein Wabi? Ganz einfach, rechtsklick drauf, Eigenschaften sagen, und dann sehen Sie Ihren Pfad, das Ziel. Okay. Da könnten Sie sagen, Dateipfad öffnen. Das ist vielleicht das einfachste. Hier kann ich die zumachen. Und dann sind Sie im Wabi 3 Ordner. Dort gibt es eine Datei, die sich wie Import, genau, Import 1.92 nennt. Und die machen Sie einfach einen Doppelklick. Auf diese Frage, ob Sie das zulassen wollen, sagen Sie ja. So. Nun haben wir unser Fensterchen vor sich, wo wir nun auswählen müssen, wo denn unsere Wabi 1.9 Daten liegen. Prämisse. Es müssen die 1.9 oder die 1.9 Version muss auf diesen Rechner installiert sein oder Sie haben das komplette Verzeichnis einfach irgendwo auf Ihre Festplatte kopiert. Jetzt sage ich, okay, ich will das haben, deswegen sage ich hier Verzeichnis auswählen. Ich wähle, keine Ahnung, wo habe ich mein Testverzeichnis? Okay, jetzt habe ich hier mein Testverzeichnis ausgewählt und ich sage hier auswählen. Ja, jetzt sagt er, ich habe es nicht ausgewählt. Schön. Okay, wenn man das richtige Verzeichnis auswählt, dann funktioniert es auch. Also, ihr überprüft halt, ob es einfach die Daten von der 1.9 existent sind in dem von Ihnen ausgewählten Verzeichnis und bringt Ihnen dann gegebenenfalls eine Meldung, sagt er, hey, das passt nicht. Das kann nicht das Wabi 1.9 Verzeichnis sein, dieses alte, wo diese alten Daten drin liegen. Okay. Nun, hier Wabi Profi, also Wabi Profi 3.1 Verzeichnis auswählen ist standardmäßige Installationspfad. Da brauchen Sie gar nichts machen. Und hier können Sie sagen, was alles importiert werden soll. Artikeldatei, Warengruppen, Kunden, Lieferanten, Vertreter und Personal, Standard eigentlich. Ja, und dann können Sie einfach sagen, Import ausführen. Sicherheitsabfrage nun bestätigen, damit der Import beginnt. Wenn der Import durchgelaufen ist, fragt er Sie, ob die Adressdaten aus der Version 1.9 übernommen werden sollen. Hier sagen wir ja. Und sagt er, okay, Formular, also der Import wurde abgeschlossen. Und ja, Sie können jetzt das Programm neu starten. So, und an dieser Stelle sind diejenigen sind wir mit diesem Video schon am Ende, denn jetzt kommen wir zu dem Echtzeitbetrieb Standard Teil 2, der Sie, liebe 1.9er Benutzer betrifft, so wie diejenigen, die natürlich die 1.9er Version nicht benutzt haben in der Vergangenheit, also die keinen Import getätigt haben, weil die brauchen wir dieses Video nicht anschauen. Die sind ja gleich zum zweiten Teil des Echtzeitbetriebs gelangt.